Wir sind auf der Lando gegen ein Pixenspiel. Es war ein schweres Spiel. Wir haben sehr taktisch geprägt. Wir haben uns in der ersten Halbzeit schwer getan, weil wir nicht so kompakt gestohlen sind. Wir haben sie ein bisschen kämen gelassen. Wir haben auch zweimal gute Chance gehabt. In der zweiten Hälfte haben wir es besser gemacht. Wir sind ein und gestohlen. Wir haben nicht mehr so viel zugelassen. Dann haben wir einen Freistoß gekriegt, weil der Modell schon super reingeschossen hat. Wir haben das eigentliche Spiel 20 Sekunden drauf. In der Nachspielzeit haben wir noch einmal einen feiten Kopf und wir haben sie noch einmal eine riesige Chance gehabt. Das war das. Die Vorstellungsdämpferung ist. Wir haben es wirklich gut gemacht. Ich sollte die Vorstellungsdämpferung zu vordern. Das war das.